Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und mein einziger ungelöster Fall Ich habe Jerry den Fall längst anvertraut Weil Ihr alter Partner im Moment nicht einsatzfähig ist Jerry, warte! Ich stelle Ihnen neun Mann zur Seite Ja! Dick Diamond ist der Name, der Show ist Estes Dame Diese Figur habe ich in der FBI-Akademie entwickelt Darf ich Sie umarmen? Nein Entschuldigung Sie kleben mir einen Anfänger ans Ball Ich war so frei, mir einen unauffälligen Undercover-Namen für Sie auszusuchen Nathaniel McManister Hi, ich bin Buck Wie legt man einen erfahrenen FBI-Agenten aufs Kreuz? Eine schöne Frau, der man gerne in dunkle Hinterzimmer folgt Ich bin hellwach! Ich habe seit 107 Stunden nicht geschlafen Sind Sie ja wahnsinnig müde jetzt wahrscheinlich Und ein paar Ganoven, die nicht so dumm sind, wie sie aussehen Klausi, dein Kannst du dir doch mal ein Auge zudrücken? Ich meine ja nicht das Auge! Ich bin ein großer Fan von Ihren Strumpfaltern Alles sah so aus, als als ich der Mörder von Sammy Serrano war Jerry Cotton wird vom FBI wegen zweifachen Mordes gejagt Bereit? 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 Oho-oh-oh-oh-oh! oros-oh-oh-oh! Was ist denn? Sie haben doch bereit gesagt. Das macht riesig Spaß. Und da hast du mir das vorgestellt. Gut, am Anfang hatten wir die ein oder andere Startschwierigkeit, aber jetzt habe ich ein richtig gutes Gefühl. Darf ich Sie umarmen? Nein, natürlich. Vielen Dank.